Heute reden wir über das Lephenomid, über die Anwendung, Wirkung und die Nebenwirkungen und auch was Sie bei der Einnahme vom Lephenomid beachten müssen. Bleiben Sie dran! Das Lephenomid ist ein sehr wichtiges Medikament in der Rheumatologie. Das Medikament ist seit über 20 Jahren in Deutschland zugelassen. Behandelt wird mit Lephenomid überwiegend die Rheumatologie Arthritis, aber auch die Psoriasis Arthritis. Das Medikament wirkt anti-inzündlich. Über das Lephenomid werden weiße Blutkörperchen, Lymphozyten, in ihrer Entwicklung gehemmt. Dadurch kommt diese anti-inzündliche Wirkung zustande. Das Medikament wird als Tablette einmal täglich eingenommen. Die Dosis variiert zwischen 5 bis 20 mg täglich, obwohl es eine 5 mg Tablette nicht gibt. In diesem Fall kann der Patient manchmal mit einer 10 mg starken Tablette auch jeden zweiten Tag sehr gut auskommen. Das Medikament braucht ca. 4 Wochen um zu wirken. Die im Beipackzettel beschriebene Aufdosierung mit 3 x 100 mg Lephenomid wende ich nicht an, weil das Risiko für Nebenwirkungen deutlich höher ist und man wartet lieber einige Tage und dann hat man eine wunderbare Wirkung auch unter Lephenomid in der Standarddosierung, die ich bereits genannt habe. Wie unter jeder wirksamen Therapie können auch unter Lephenomid Nebenwirkungen auftreten. Die wichtigsten, die man im Alltag beobachtet, das sind erhöhte Leberwerte, Durchfälle, Herausfall. Es können sich auch, wie bei Methotrexat, Mund-Aften, das sind schmerzhafte Stellen im Mund oder Zahnfleischentzündungen auftreten. Es können Veränderungen des Blutbildes auftreten, wie z.B. eine verminderte Leukozytenzahl, also verminderte Anzahl von weißen Blutkörperchen. Die gute Nachricht dabei ist, dass die meisten von diesen Nebenwirkungen rührgängig sind, wenn man das Medikament absetzt oder wenn man die Dosis reduziert. Wenn eine Nebenwirkung nicht schnell verschwindet, besteht die Möglichkeit, das Lephenomid auszuwaschen. Dafür gibt es zwei verschiedene Medikamente, die über 11 Tage eingenommen werden sollen. Es sind entweder das Cholesteramin oder die Aktivkohle. In beiden Fällen kann man das Medikament effektiv aus der Blutbahn aus dem Körper entfernen. Was muss man bei der Therapie mit Lephenomid beachten? Das Medikament ist für die schwanger und stillende Mutter kontraindiziert. Aus diesem Grund versucht man bei Frauen im gebärfähigen Alter, das Medikament nicht als erste oder zweite Therapie einzusetzen. Beziehungsweise die Frau muss sehr gut verhüten, sich gegebenenfalls mit den behandeln frauenärztlichen Kollegen absprechen, weil die Verhütungsmethode sicher sein sollte. Und falls die Schwangerschaft gewünscht ist, muss das Medikament ausreichend voraus abgesetzt werden und am besten noch ausgewaschen werden. Denn die Spuren vom Lephenomid können sogar noch zwei Jahre im Blut verbleiben. In seltenen Fällen kann unter einer Therapie mit Lephenomid zu einer schweren Infektion kommen, zum Beispiel zu einer Pneumonie. In diesem Fall muss natürlich das Medikament abgesetzt oder sogar, wie ich schon bereits erwähnt habe, ausgewaschen werden. Zum Glück sind schwere Nebenwirkungen unter Lephenomid selten, sodass insgesamt handelt es sich beim Lephenomid um ein gut erprobtes und vergleichsweise sicheres und gut wirksames Medikament. Medikamente wie Diclofenac, Ibuprofen, Eterokoxib und einige anderen haben eine leberreizende Wirkung. Und auch, weil das Lephenomid ebenfalls eine lebertoxische Wirkung haben kann, können diese beiden Faktoren zusammen die Verträglichkeit von Lephenomid verschlechtern. Deswegen sollte diese Kombination möglichst gemieden werden. Das bereits genannte Novalgin oder Novaminzulfon kann in seltenen Fällen eine gefährliche Blutbildveränderung auslösen und in Kombination mit Lephenomid wäre das Risiko ebenfalls etwas höher. Ich versuche auch diese Kombination zu meiden. Auch der Zusammenspiel mit Alkohol könnte ungünstig auf die Verträglichkeit vom Lephenomid auswirken. Deswegen sollen sie analog zu einer Therapie mit Mediotrixat entweder auf das Alkohol komplett verzichten oder die Menge soll möglichst gering halten. Das Risiko von 100 Gramm Alkohol pro Woche, das entspricht 2,5 Liter Bier pro Woche beziehungsweise 5,5 Gläser Wein pro Woche, steigt signifikant. Das Risiko, dass die Leberwerte ansteigen und das Lephenomid letztendlich aufgrund von erhöhten Leberwert abgesetzt werden muss. Und so kommen wir jetzt zur Kontrolle. Wie bei jedem anderen wirksamen Medikamenten müssen regelmäßig Blutkontrolle stattfinden. Sie finden Informationen für den Patienten auf der Seite der Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie. Einen Link werde ich am Ende dieses Video einfügen. Im Allgemeinen muss man sich jetzt so vorstellen, dass in den ersten 6-8 Wochen soll die Laborkontrolle etwas häufiger stattfinden. Je nach Ausgangsbefund, je nach Begleiterkrankungen nach ein oder zwei Wochen. Wenn die Blutwerte dann sich soweit stabil zeigen, kann man diese Abstände auch erweitern. In der Regel sehe ich bei stabilen Patienten, die das Lephenomid subjektiv und anhand der Laborwerte bisher sehr gut vertragen haben, sehe ich die Laborwerte alle 8 bis 12 Wochen und das ist aus der praktischen Erfahrung vollkommen ausreichend. Dieses Video wird ein Aufklärungsgespräch nicht ersetzen. Dennoch hoffe ich Ihnen, dass einige Informationen, die Sie vielleicht im Rahmen des persönlichen Aufklärungsgesprächs nicht so schnell verstanden haben, jetzt ein bisschen erläutert worden waren. Bis zum nächsten Mal.